Leute, es geht auf vielfachen Wunsch tatsächlich weiter mit Witchfire. Ich freu mich ja sehr, dass das so beliebt ist auch bei euch. Ich lese natürlich eure Kommentare. Und ich glaube, nicht mal Elden Ring hat nach so vielen Folgen noch so viele Zuschauer gehabt. Also, das Spiel scheint auch bei euch einen Nerv zu treffen. Und ich hab privat ein bisschen weitergespielt, weil das Spiel bietet sich eben auch mal an, einfach nur mal so für 20 Minuten oder halbe Stunde mal kurz rein, ein bisschen leveln, wieder raus. Ihr habt nichts groß verpasst, aber ich kann vielleicht wieder so ein bisschen neue Waffen und ein paar Upgrades zeigen. Und das alleine ist ja schon was. Und, ähm ... Ja, wir starten einfach mal rein, dann zeige ich euch, was der Stand der Dinge ist. Ich bin leider immer noch ... Oder was heißt leider? Ich bin rein vom Progress her, also vom Map-Progress her, bin ich noch gar nicht so viel weiter, weil der Schwierigkeitsgrad tatsächlich derbe anzieht in diesem Spiel. Wenn man auf die Weltenstufe 2, Genosis 2 heißt das hier, geht, dann wird's schon sehr, sehr schwer. Aber auch ganz geil. So, ich glaub, ich muss nur mich verschieben. Warte mal. Nikola macht schon. Dankeschön. So, ihr seht's, ich bin hier Level 30. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob's stimmt, aber ich hab's gelesen, dass die Gegner mit jedem Level, das man sich hochlevelt, auch stärker werden. Also mitleveln. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht kann das nochmal einer in den Kommentaren bestätigen, ob das so ist oder nicht. Wenn das so ist, dann hab ich vielleicht ein bisschen zu viel gelevelt. Und dann war das vielleicht gar nicht so schlau. Ansonsten, oh, hier das Kabel. Hängt. Zeig ich euch mal, was es so Neues gibt. Und zwar, hier bin ich gerade noch am Leveln. Ich will die Steak Gun hochleveln. Mir fehlen noch elf First Mysterium Actions. Das bedeutet, hier, ich hab immer nicht gerafft, was das bedeutet, First Mysterium Actions. Das bedeutet, das hier, vielleicht sollten die das einfach mal farblich machen, damit man das sieht, deals Bonus Damage to Stunt Enemies. Das ist die First Mysterium Action. Das heißt, ich muss Stunt Enemies, noch elf Stunt Enemies killen, sozusagen. Das ist immer diese First Mysterium Action. Hier, eine neue Waffe, die ich erforscht habe, die Midas, die zeige ich euch gleich, die gefällt mir richtig gut. Und auch hier ist der Skill, ach so, ist ja relativ easy, muss ich einfach nur noch 73 Leute killen. Hier wäre jetzt die First Mysterium Action. Continuous Fire heats up the weapon, Bullets deal more damage when heated. Also, du musst dann heated Bullets schießen. Ich hab ein paar neue Zaubersprüche, ich hab eine neue, warte, ich muss an die, muss an die Bank, an die Werkbank. ist der Fetisch eine Fee? Mandrake, ist eine gute Frage. So ein bisschen. Das ist auch nicht so genau. Aber wenn wir jetzt mal hier, was wollte ich euch zeigen? Genau, ich hab hier so eine neue Demonic Weapon. Ich hab die einmal benutzt, ich hab die nicht so ganz gerafft irgendwie. Was die genau eigentlich von mir will, die Waffe. Ich zeig's mal hier ganz kurz. Ups, so. Ich glaub, die Stunt halt irgendwie. Oh, ich hab keine Munition mehr. So viel dazu. Aber für mich, selbst wenn die, da steht ja auch Stun Gun. Vielleicht, wenn man die hochlevelt oder so, keine Ahnung, aber für mich ist hier der Falling Star, der Grenade Launcher mit zielsuchenden Raketen ist das Maß aller Dinge. Ich hab verschiedene Zaubersprüche jetzt hier auch schon hoch gelevelt. Wir haben hier noch Kornukopja, das ist so. Freeze, Zauber, glaub ich. Nee, was macht das? Ach nee, das ist das, wo man die, die letzte Bullet wieder hergestellt wird. Also, ich fahr am besten mit Ice, mit Frostcone und mit Ice Sphere. Hier hab ich ein paar Zaubersprüche. Ice Stiletto hab ich neu. Aber echt gesagt, weiß ich nicht. Hab mich nicht so vom Hocker gehauen. Bleibe ich hier. Hab ich auch schon hochgelevelt bei meinem Frostcone. So, waffentechnisch hab ich eine neue Waffe, die ich eigentlich auch gerade hochlevel. hab ich level gerade drei verschiedene Waffen hoch, deshalb ist grad ein bisschen doof. Aber ich zeig euch mal hier die Hypnosis nämlich. Ihr seht, ich hab hier noch ein paar neue Waffen. Die krasseste Waffe, die ich bislang hab, ist die Echo. Die hab ich auch hier schon auf Level 2, wie ihr seht. Die nehm ich dann, wenn's wirklich hart auf hart kommt. Ich hab eine neue Sniper Rifle, die Hailstorm, find ich aber nicht so geil. Irgendwie, mit der kam ich zumindest nicht so gut klar. Und die Handfeuerwaffen waren mir ehrlich gesagt im Vergleich zu den anderen Waffen auch nicht stark genug. Die Midas ist ziemlich krass, die werdet ihr gleich sehen und die Hypnosis, wie gesagt, versuch ich abzugraden. Im Research momentan neuer Lightspell und neuer Ring. Dauert aber noch ein bisschen, sollte nach der nächsten Map beides fertig sein. Das Rätsel vom Turm hab ich nicht gelöst. Wie Eddies. Tatsächlich hab ich's nicht gerafft, was ich da machen muss. Aber wir können eigentlich mal hier die Dinger weiter sammeln. Das muss man immer für 1000 aktivieren, damit die Gegner so Prayer Echoes heißen, die droppen. So. Wir gehen mal wir gehen erstmal hier rein. In die erste Map. Dann sehen wir auch das Rätsel gleich. So, hier bei der Waffe um die zu leveln vielleicht noch ganz interessant. Um das mal ganz kurz zu zeigen. Wir sehen hier auch wieder ich brauch noch 47 First Mysterium Actions. Das ist in dem Fall ähm, wenn man über Kim und Korn zielt, dann bekommen die Kugeln ein Bonus Damage nach einer gewissen Zeit. Und das sieht man übrigens, das ist visualisiert, wenn ich jetzt mal hier gucke, zack, wenn dieser blaue Kristall in der Mitte, wenn der blau leuchtet, das heißt, ich muss jetzt 47 Gegner mit diesem blau leuchtenden Kristall killen, damit ich die Waffe leveln kann. Klingt jetzt komplizierter alles, als es ist, aber es ist eigentlich relativ easy. Ticken zu früh. Frozen enemies drop ice remnants when shattered. The remnants partially recharge as well. Why not? Nasti, ey. Enemy stun mit dem blau leuchtenden Kristall Gegner killen und irgendein Rätsel im Turm. Check. Damit hast du das Spiel eigentlich auch schon komplett zusammengefasst. Also wirklich ein super Spiel, Nasti. Das Problem ist, ich glaube, es zählen nur die Kills. Oh Gott. Wo ist er? Mann, ich treff nix. Ja, ja. Oh. So, da raided Nils, das heißt, es geht wohl nicht weiter. Danke für den Raid, Nils. Oh, du Sau. Also nicht du, Nils. Also du auch, aber vor allem der Typ hier. Ich bin übrigens, ich war auf der Seite von den Entwicklern. Zeige ich euch, wenn ihr mich dran erinnert, später nochmal. Das ist nämlich ganz interessant. Ich finde die Seite sehr sympathisch von denen, weil die sehr viele Updates geben zum Spiel, zur Roadmap. Es ist ja hier Early Access und Spiel ist tatsächlich Release, offizieller 1.0 Release ist erst Ende 25. Also die haben noch anderthalb Jahre Zeit, hier Sachen zu implementieren und sie haben auf der Website auch schon geschrieben, dass halt noch echt viel Content kommt und ich bin mittlerweile auch auf dem Discord. und schreibt da mit den Entwicklern und gebt da Feedback, weil ich echt Fan von dem Game bin. Auch wenn es jetzt gerade hier vielleicht für alle, die zum ersten Mal zugucken bei Witchfire gerade ein bisschen langweilig ist, weil ich hier nur die Waffe gerade Uplevel. Wir können ja mal gucken, was die Waffe sagt. Wo ist es? Hier? Nee, hier. Und dann sehen wir 53 von 80. Siehst du, es geht voran. Ich glaube, 53. Jetzt will ich nochmal gucken, ob das als Schuss schon... 54. Siehst du, man muss gar nicht töten. Treffer reicht. Wo ist er denn? Also man braucht gar nicht 80 Kills, sondern nur 80 Treffer. Das ist übrigens die Midas. Ich würde die vergleichen so mit einer P90 von Counter-Strike, wenn die noch jemand kennt. Großes Magazin. Viele Schüsse. Man muss sie nur... Ihr seht in der Mitte unten am Bildschirm seht ihr so den Bereich und da musst du halt quasi in dem gelben Bereich bleiben. Der So, und hier ist übrigens das Rätsel, was ich auch noch nicht gelöst habe. Wir können, wir haben also hier diesen Raum innerhalb der Burg. Wir sind also jetzt genau hier mittendrin. Und jetzt können wir hier zu diesen Altaren gehen. Zum Beispiel Complete Right of Descent. Wenn ich das jetzt drücke. Dann dreht sich hier dieser Sarcophag oder was das ist. Aber was man jetzt genau machen muss, ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gerafft. Right of Descent. Keine Ahnung. Was da, der Ritus des Abstiegs. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Hier gibt es Become Covenant of Darkness. Embrace Cleansing Fire. Conquer Inner Demons. Reach Beyond Reality. Eclipse Insanity. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Muss ich irgendwas innerhalb der Maps machen? Muss ich... Also was man auch macht, Reach Beyond Reality. Das kann halt alles sein, Reach Beyond Reality. Also ich habe das hier schon, ich habe schon jeden Schalter mehrmals betätigt in verschiedensten Reihenfolgen. Willst du einen Tipp, fragt die Eddies. Ja, gib mal einen Tipp gerne, weil ich komme, glaube ich, nicht drauf. Aber nur einen Tipp. Nicht komplett verraten. Das könnten auch Zaubersprüche sein oder sowas. Die man anwenden muss. Aber ich habe mir auch gedacht, vielleicht ändert sich irgendwas auf der Map, wenn man das macht oder so. Oder dahinter? Vielleicht hätte ich das mit diesen Schriftzeichen auf den Grabsteinen oder ist das einfach nur so? Map öffnen, lesen. Map öffnen, lesen. Natürlich. Map öffnen, lesen. Guck mal hier, meine zwei Erforschungssachen sind fertig. Island of the Damned. Island of the Damned. Oh, warte mal, guck mal hier. Through the right of descent we journey into the death. Embrace the darkness. Aha, guck mal. Beyond the Wheel. Okay, vielleicht müssen wir da jetzt hin. Ride of Descent. Was habe ich denn jetzt gerade aktiviert? Das hier. Reach Beyond Reality wäre dann... Was ist denn jetzt das? Das hier. Okay, gehen wir jetzt mal da hin. Das ist ja interessant. Okay. Ich habe mich nämlich immer schon gefragt, was diese Dinger sollten. Wo ist denn hier der Ausgang? Wir gehen da jetzt mal hin und gucken, was passiert. Achso, das ist natürlich jetzt der Dritte statt dem Ersten. Vielleicht sollten wir... Fünf, vier, zwei... Ne, wisst ihr was? Wir müssen da gar nicht hin. Wir müssen nur die richtige Reihe... Das ist wie so ein Tresor. Jetzt raffe ich das. Jetzt verstehe ich das. Das ist einfach wie ein Tresor-Code. Also das ist das sechste, fünfte, vierte, zweite, erste. Also das erste ist, in sacred flames, impurities are purged and the souls is renewed. Embrace the fire. Okay. Embrace the fire. Leute. Wir lösen hier das erste Rätsel. Wo ist es denn jetzt? Hä? Wo ist denn jetzt embrace the fire? Das war doch irgendwo. Rite of Descent. Commune with spirits. Covenant of darkness. Ah, da. So, das ist einfach ein Tresor-Dings, wisst ihr? So, wir haben jetzt hier embrace the fire. Das war hier obelisk eins. Obelisk zwei ist... In the quiet moments listen to the whispers of the spirits. Through communion with them, we find wisdom and peace. Whispers of the spirits. Das war... Here, commune with spirits. Das ist das zweite. Gucken schon mal, wo das dritte ist. Gucken schon mal, wo das dritte ist. Das war zwei. Eins, zwei. Hier ist drei. Your spirit beyond the wheel of the mundane, for true enlightenment lies in the unseen, transcending reality. Transcend reality. Is das? Reach beyond reality? Ist es das? Muss das sein. So, jetzt haben wir... Drei. Okay, dann kommt sieben, sechs, fünf, vier. Master the hunger within, for it is but a shadow of the true self. Through discipline and faith, the soul triumphs over its deepest cravings. For a shadow of the true self. Was ist das? Conquer inner demons? Das müsste es sein, oder? Conquer inner demons, was ist das? Was ist das? Wir lesen sonst nochmal durch. Master the hunger within, for it is but a shadow of the true self. Through discipline and faith, the soul triumphs over the deepest cravings. Is this Conquer inner demons? Wo ist das eigentlich sein, ne? Okay, probieren wir es. Conquer inner demons, dann haben wir fünf. Wo ist fünf? Hier. Right of descent. Und das steht doch sogar genauso da. So, jetzt haben wir right of descent. Das war fünf. Jetzt kommt sechs. Embrace the darkness. Es könnte das sein, become covenant of the darkness. Ja, hier ist embrace cleansing fire, aber es müsste das sein. Embrace the darkness. Und dann kommt schon der letzte. Sieben. Let the eclipse of your soul be a symbol of inner clarity, overshadding the chaos of mind. In its darkness find the calm and restore, that restores sanity. Das hier, ne? Let the eclipse of your soul. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da tut sich was. Leute. Ich hab's gelöst. Mit ein ganz klein bisschen Hilfe. Sollen wir da runter? Sollen wir da runter? Birch über Va-Krobat 노�, ne. Neu Arcanum. Elemental Refresh, affecting enemies with the elemental magic refresh all гор. Komm, da geht's noch viel weiter runden. Alter Schwede. Nein, ich wollte nicht . Ich wollte nicht. Ich wollte doch erst oben. Leute, ich bin runtergefallen. Scheiße. Jetzt bin ich... Ach du meine Güte, was sind das? Da unten ist auf jeden Fall ein Extraction Point. Das war trotzdem maximal dumm. Das war nicht gewollt, Leute. Das war nicht gewollt. Was ist das? Divine Essence. Curious and powerful substance bound to the tower. It disintegrates if we move from its dark sanctuary. Ich jump einfach hier runter wie der letzte Honk. Da geht's runter. Ich frage mich, ob ich da rüberkomme, wenn ich hier mit dem Double Jump... Probieren geht über studieren. Ja, easy. Da komm ich hin. Bisschen dunkel, aber... Embrace Corrupted Arcana in Game Divine. Hä? Das ist ja voll schlecht. Das war ja voll der Nachteil. Hans. Grand's Arcana tied to witch fire. Okay. Okay. Ja. Ist echt krass, wie weit man immer mit diesem Double Jump tatsächlich kommt. Ich höre nämlich hier runter. 66 von 80, 14 Stück noch. Vielleicht keine schlechte Idee. Ich habe nur noch eine Estus. Awaken more corrupted arcana to prove your devotion. Ah, okay. The fuck? Alter, was geht? Was nimmt mir hier so krass viel Energie weg? Deshalb ist die Ice-4 so geil. Alter, sind das viele. Ja, sicher. Geh doch da hoch. Ich habe kein Stamina mehr. Geh aber. Alter, waren das viele. Okay. Erstmal holen wir jetzt unsere Waffen. Unsere neuen. Eieiei. So, wir haben zumindest zwei neue Sachen. Einen neuen Ring. Shadow Mist Ring. Das hätte mir eben zum Beispiel einfach mal das Leben gerettet. ein neuer Lichtspell. Das hat mir doch schon mit der anderen Klasse. Okay, ich kann gerade nichts erforschen, weil ich keine Kohle habe. Frage, was ist besser? Der Dash oder der Dash? Das hat mir jetzt nur noch einen Tornen. Das hat mir getspakt. Das ist einscheitiger. Das ist einhesiebiger. Das ist einhebiger. Er hat das gemacht. So, jetzt müssen wir unsere Seelen wiederholen. Wenn man kennt es. Warte mal, ich überleg. Nee, komm, wir bleiben bei den Waffen. Aber sag mir jetzt bitte, dass ich nicht nochmal den Tresor-Code eingeben muss, dann dreh ich durch. Ich hoffe, dass die Treppe immer noch da ist. Guck mal, fairer Spawn. Kann man nix sagen. Ah, ein Glück. Das wäre auch ein bisschen doof. Jetzt falle ich vielleicht nicht direkt da rein. Erstmal hier oben gucken. Okay, hier ist halt absolut sonst nichts. Ich habe jetzt nicht allzu viel verpasst, wie es aussieht. Dann können wir auch wieder runter. So, die Dinger müssen wir offensichtlich sammeln. Ja, man hat einen Double-Jump, Nasti. Das ist ganz geil. Du hast einen Double-Jump. Das heißt, du kannst dich von der allergrößten Höhe droppen lassen und dann kurz vorher einfach nochmal jumpen. Dann überlebst du alles. Ich könnte jetzt theoretisch auch direkt nach ganz unten. Aber ich will erstmal hier... ...die anderen Dinger da einsammeln. Hier die Teile. Ich habe nicht gesehen, dass hier ein Ding ist. So, knapp. So, wie komme ich denn jetzt von hier... ...eine Etage weiter runter? Es ist sehr dunkel. Da liegen übrigens meine Seelen. Im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte ich doch die Shotgun nehmen sollen. So, das Ding sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht nehmen, ne? Aber du kriegst... Okay, ich verstehe. Du kriegst... Corrupted Arcana. Allerdings habe ich noch kein Arcana. Also, ich muss dann ja eins nehmen, wahrscheinlich, ne? Und dafür bekomme ich noch mehr von dieser Divine Essence. Allerdings braucht man das wahrscheinlich, um unten die Tür zu öffnen. Aber das macht es natürlich dann deutlich schwerer. Was machen wir? Was machen wir? Ah, das sind auch schon richtig krasse Mali. Sagt man Mali? Malusse? Kann ich nicht einfach rausgehen? So. Einfach nicht aktivieren. Fertig. Ich versuche natürlich, so viel wie möglich schon von hier oben zu machen. Allerdings... Oh-oh, sie spawnen. Erstmal die Seelen holen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die nicht irgendwie schießen können. Oder springen. Das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Die kommen da aus dem Portal. Okay, es kommen wieder ganz viele. Ich gehe wieder hier hoch. Okay. Irgendwann werden wir uns der Problematik der Munition stellen müssen. Ach du Scheiße, ey. Junge! Das hört überhaupt nicht mehr auf. So viel hat sie. Wie viel hat die Waffe jetzt? Müsst ihr doch mal langsam... Ja. Okay. Das hört sich schon voll. Du, ich schiede auf! Okay. Das ist toll. Das verschommt. Dasître... Das ist toll. Ich habe die Waffe jetzt immer noch nicht. Mit dir. Ich bin jetzt aber noch nachdenken. Das ist eine Waffe jetzt nicht so gut. Das war auch so einfach. Ich bin jetzt nicht da. Ein grüner Ah, okay Jetzt will ich noch Ich verstehe, es wird immer schlimmer Wir müssen immer kaputter werden, um immer weiter zu kommen Oh, eine Flask, die ich gar nicht brauche Was ist das? The totem retains You've asked for too much Okay, wir könnten hier raus So wie ich das sehe Wir könnten aber auch tiefer gehen Awake more crop, ne, könnten wir nicht Okay, wir müssen sogar, ah, wohl Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Hä? Tja Mehr kriege ich nicht zusammen Habe ich wahrscheinlich oben irgendeinen vergessen oder so, ne? Ne, hier ist das einer Ne, das ist keiner Da ist noch einer Ich weiß auch nicht, ob man hier nochmal hochkommt Oh, ah doch, hier kommt man ja hochkommt Awaken more corrupted Ach, ich muss ein Arcana auswählen Damit es weiter geht Boah Das ist aber echt sackschwer Immer noch nicht Das war clever Containment floor Ich könnte mir gut vorstellen, dass das demnächst ein bisschen schwer wird Zu schwer Find the source, become the gateway Ach du Scheiße Nein, hinter mir ist zu Digga Alter Oh mein Gott Safe spot, safe spot Was hat mich gerade getroffen? Alter Jesus Christ Absorb gateways Okay Das ist das hier Was muss ich hier machen? Muss ich hier irgendwas machen? Ah, innerhalb des Circles Okay Ich muss hier drinnen stehen und Kill enemies from within the circle Ja, das ist natürlich Was geht hier ab? Ich bin fast tot Und ich habe keinen einzigen dieser Circle absorbiert Jesus Christ Von allen Seiten kommen sie Okay, ich verpiss mich Leute Ganz ehrlich Tschüss Heieiei 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 Ich sag ja, das Spiel wird sackschwer später Also das ist echt Aber ich habe es zumindest Lebend raus geschafft So, hier machen wir Jetzt haben wir hier neue Arcanen Wirklichkeiten Nur für den Fall Dass ihr gerade nicht wisst, was ich mache Also man kriegt ja Wenn man diese Mobs auf den Maps tötet Mobs auf den Maps Dann kriegt man diese Arcana Das sind diese Perks Die immer nur pro Run gelten Und Durch diese Bücher Die ich gefunden habe Kann ich hier schon mal so ein bisschen Voreinstellen Welche Perks ich kriege Also zum Beispiel Kriege ich als erstes Bei einem Perk dann immer Perks Die Arcana Zum Thema Munition machen Und die haben Die kann man nochmal steigern Das ist jetzt zweite Wenn man Zehn weiße Raven Federn im Inventory hat Okay Habe ich eh nicht Aber ist egal Und hier könnte man Zum Beispiel auch Ja das ist nicht so geil Forgetst du random Awakened Arcana Das finde ich nicht so geil Dann können wir unsere Waffe upgraden Immerhin Immerhin Increased damage Is weighted towards The end of the time window Was ist denn hier neu? Wir machen mal Ich muss mal die Waffe tauschen Die habe ich jetzt hochgelevelt Ich muss jetzt noch die Stake Gun Hochleveln Und die Mieders Wir können überlegen Ob wir ein Level aufsteigen Oder ob wir das Geld Anderweitig ausgeben Zum Beispiel Für Gold So Dann können wir nämlich noch was in Auftrag geben Tixo sagt Es erinnert ihn an Painkiller Ja das macht Sinn Es ist auch von den Painkiller Machern Aber wir können nichts erforschen Oder was? Hier brauche ich zwölf Hier habe ich offensichtlich schon Alle zu Ende erforscht 20 17 25 20 Okay Wow Es hat auch das gleiche geile Movement Von Painkiller Ich liebe es hier Dieser Double Jump Man kann so schön durch die Maps floaten Okay Wir machen jetzt aber mal Die Castle Das ist nämlich wo ich eigentlich bin Story technisch Leider Eine ziemlich schwere Map Wo es immer gut aufs Maul gibt Direkt schon zu Beginn Aber vielleicht komme ich mal ein bisschen weiter in der Burg Wir haben auf jeden Fall den anderen Startpunkt gekriegt Aller was Wieso mache ich keinen Schaden? Was ist hier los? Wieso mache ich keinen Schaden? Er hat irgend so ein Schieb. Boah! Du Sau. Curse hat gelieftet. Loot. Was ist das? Gemstones? Was ist denn das? Das hatte ich ja noch gar nicht. Gemstones kept for our gift. Okay ist einfach nur ein Verkaufsgegenstand. Alles klar. Alle haben ein Schild, nur einer nicht. Wenn der ohne Schild tot ist, verliert er nicht den Schild. Alles klar, jetzt haben wir die Mechanic auch gerafft. So, wir haben leider viel Energie schon wieder verloren, aber wir haben zumindest wenigstens was bekommen dafür. Das Schöne an der Dingswaffe hier, an der Stake Gun, an der Stiga. Stiga? Stiga? Wie heißt sie? Stiga? Stiga? Ist, dass man nicht, äh, man kann zoomen, aber ehrlich gesagt braucht man es nicht. Die ist genauso akkurat ohne, wenn man zielen kann. Was ist das? Holy Shit, hat der mich erschreckt. Das ist echt so geil in dem Spiel. Immer wieder was Neues, ne? Also, obwohl das noch Early Access noch echt viel Zeit ist, bis das Spiel rauskommt. Man entdeckt immer noch geile Geheimnisse auf den Maps. Irgendwie Sachen, von denen man keine Ahnung hat. Wie jetzt da zum Beispiel die Burg. Oder, äh, nicht die Burg, dieser... Ähm, Turm. Was ist hier? Kann ich ja irgendwas machen? Ah ja. Okay, wir können es einfach abschießen. Was ist hier? 15.000. Alles klar. Wahrscheinlich eh nur ein Shortcut. Falls ihr euch übrigens fragt, was dieser Blitz ist. Das ist hier mein, ähm, 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 mein Relic. The Relic strikes any near-death enemy with a heavenly lightning. Ähm, also wenn die wenig Energie haben, kriegen sie einen Blitzschlag. Was ich halt auch noch geil finde, ist, du kannst, auch diese Items lassen sich noch upgraden. Und kriegen dann neue Fähigkeiten. Also alles. Zaubersprüche, Waffen und diese Relics lassen sich alle noch weiterhin upgraden. Da brauchst du alle diese Dings, diese Third Incantations. Die gibt es, glaube ich, erst, wenn man auf Welten Level 3 geht. Okay, da wollen wir nicht hin. Oder? Dann kriegen wir auf den Sack. Da geh ich nicht hin. Ich geh zur Burg. Das Relic ist nur blöd, wenn du deine Waffen leveln willst und das Ding dir die Kills klaut. Das stimmt tatsächlich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss man mit jedem Charakter alles neu freischalten? Ich glaub schon. Allerdings, du kannst mit jedem Charakter alles finden. Also die Startklassen sind ähnlich wie bei Souls. Einfach nur so eine, ähm, mehr oder weniger eine Orientierung, mit was du anfängst. Aber, du kannst alle Startwaffen von den anderen Klassen und alle anderen Sachen, kannst du halt mit deinem Main auch erforschen. Ich weiß nur nicht, ob man umskillen kann. Hier war ich schon mal, hier ist eine fiese Falle. Wie schlecht war das denn? Also? Wie schlecht war das denn? Herzlich ist es. Wie schlecht hast du? Was? Das war's für heute. Okay, ich krieg aufs Maul. Heieiei. Boah. Kommen die auch noch. Jesus Christ, was geht hier ab? Von allen Seiten. Jesus. Jesus Christ, was geht hier ab? Jesus Christ, was geht hier ab? Jesus Christ, was geht hier ab? Abknallt, das bringt mir eigentlich gar nichts. So, jetzt müssen wir die Seelen irgendwie zurückkriegen. Ich hätte anderes Equipment nehmen sollen. Aber jetzt ist es, wie es ist. Das Trigger ist für diese Stelle hier nicht optimal. Das Trigger ist für diese Stelle. Alter. Heilig! Jesus. Das ist knapp, ey. Das ist halt auch so fies, dass sie direkt bei einem Swarm waren. Ich finde auch krass, wie klug die Gegner sind. Also verhältnismäßig zu anderen Spielen. Hä? Boah, das war mies. Jesus Christ. Okay. Nahkampfwaffen kommen noch. Wurden schon angekündigt für den nächstgrößeren Patch. Wir gehen gleich nochmal auf die offizielle Seite vom Entwickler. Ich bin schon wieder, eigentlich muss ich schon wieder umdrehen und extracten. Ihr seht es ja hier, die Burg, da ist der Boss. Den habe ich noch nicht mal gesehen. Aber der Weg dahin durch all diese Gegnergebiete ist richtig Hardcore. Und ich habe keine Flask mehr. Ich habe Angst, dass hier schon wieder ein Tor runter geht. Ich habe Angst, dass hier schon wieder ein Tor runter geht. Was ist jetzt das? Ich kann mich nicht bewegen. Ja so, muss ich falsch rein, aber ich bin tot. Ich gehe zurück. Mir egal, was ihr sagt. Tschüss. Ich hau ab, ihr Penner. Oh, was haben wir hier? Knosses 3. Genosses, das ist auch ein schöner Shortcut wahrscheinlich. Gleich kommt die Witch, wenn ich nochmal getroffen werde von irgendwas. Aber hier müsste eigentlich jetzt alles clear sein. Ich darf keinen Schaden mehr nehmen, so oder so. Das nehmen wir noch mit. Nein, jetzt habe ich Calamity ausgelöst. Das Portal ist gar nicht mehr... Ah, das war das Startportal. Wo muss ich hin? Oh nein. Okay, ich bin am Arsch. Das Startportal ist ja schon zu. Und jetzt kommt ein Calamity. Lol, war das schlecht. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Die finden einen aber auch immer, ne? Ja. Okay. Hoffen wir, dass wir da wieder spawnen. Na, aber jetzt kriege ich natürlich nicht den geilen Spawn. Ja, jetzt ist... Ja, jetzt ist... Treffer. Zählt das auch? Zählt das auch? 13 von 20? Nein. 13 von 20. Nee. Ach ja, ich muss ja die Enemies stunnen. Das ist auch so ein Satz, wo meine Mutter nicht wüsste, was ich damit meine. Da können wir extracten. Na, erstmal wollen wir unsere Seelen wieder. 15 Goldmünzen bringen wir nach Hause. Jetzt haben wir nämlich neues Research. Was erforschen wir? Oh, Relic. Und wir können noch was machen. Fetisch. Sehr gut. Und. Achso, ich muss die ja noch leveln. Aber das stimmt tatsächlich. Dann macht es keinen Sinn, das hier zu benutzen. Aber wenn ich das sehr gut finde, aber dann wollen wir lieber nicht, dass die vom Blitz getroffen werden. Vielleicht sollte ich auch zum Level nicht unbedingt in die schwerste Welt gehen. Niemand weiß, was das bedeutet. Aber das ist provokativ. Also, was das ist, dass die vom Blitz getroffen werden, dass die vom Blitz getroffen werden. Ja, die kann man halt schlecht stunnen, weil die halt direkt am Arsch sind. Ich mach extra keine Headshots, damit die gestunnen. War das jetzt ein Treffer? War das ein Stun? Nein. Hm. Wie stunt man denn am besten? Ich weiß auch nicht so. Ach ja, mit dem Dash. Aber das ist, da muss ich die, ja, okay. Ich verstehe. Wir müssen den Dash machen, dann diesen roten Spot. Oh, huch. Okay, das war nicht klar. Okay, das ist nicht klar. Das müsste ja wohl jetzt 14 sein. Ja, okay. Jetzt hab ich's kapiert. Okay, kann man gar nicht. Also, zur Erklärung, wenn man mit vollem Stamina dasht, eigentlich sollte dann so ein roter Fleck beim Gegner erscheinen. Wenn man den dann trifft, dann sind die gestunnt. Hier, ich zeig's mal. Ja, oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade irgendwie nicht voll Stamina hab. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht klappt. Ich muss im Fokus-Modus sein. Ja, das hab ich auch noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, was der Fokus-Modus ist. Ah, ich glaube, okay, wenn der Stamina-Balken gelb ist, heißt das, ich bin im Fokus-Modus, ja. Ja, alright. Ja, das ist nicht die besten Gegner dafür. Jetzt lädt er nach. Aber es geht. Schau mal hier, wie ich den ran geflockt hab. Ist das nicht geil? Wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir doch schon einen noch. Dann können wir die endlich upgraden. Woa, das war knapp. Hm, hm, hm. Okay, Battle-Fokus, damit startet man. Verlierst ihn, wenn man getroffen wird und wenn man Kills macht, dann kommt der Fokus wieder. Das ist auf jeden Fall, wenn der Stamina-Balken gelb ist, ist man im Fokus. Was soll aber denn das? Aber wir haben jetzt die Waffe geupgradet. Eigentlich kann ich hier schon wieder aus der Map raus. Weil wir können die auf upgraden. Und das war ja eigentlich alles, was ich wollte. Ja, ich benutze immer noch zu wenig Spells, aber ich versuche es häufiger zu machen. Oh, neun Gold. Aber die Spells sind auch für Special Locations. Wir können eigentlich hier mal in den Dungeon reingehen. Ich habe den zwar schon einmal beendet, aber ich wüsste selber gerne, was passiert, wenn man noch ein zweites Mal reingeht. Außerdem war ich am Ende so niedrig mit der Energie und war einfach nur froh rauszukommen, dass es sein kann, dass ich am Ende des Dungeons was übersehen habe. Allerdings ist der auch ziemlich knackig. Erst recht ohne eine gescheite Fernkampfwaffe, obwohl ich habe, naja, ich habe nicht wirklich eine Fernkampfwaffe. Also keine Sniper zumindest. Aber why not? Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir sind gerade gut, ganz gut aufgelevelt. Ihr seht da oben nämlich den Timer, sechs Minuten. Und der ist relativ knappe Messen, tatsächlich. Ja, ich habe die falschen Waffen. Das ist nicht die besten Waffen mehr. Alles scheiße. Das Dumme ist, wenn man hier im Dungeon stirbt, dann muss man immer wieder in den Dungeon rein, um seine Seelen zu erholen. Schieß doch! Wie geil, der da an die Wand geschockt hat. Ey, nee, ich gehe wieder zurück. Das macht keinen Sinn. Ich habe das falsche Equipment einerseits und zu wenig Energie und alles zu wenig andererseits. Hier kommt man dann übrigens wieder raus. Deshalb hört man es hier. Da kommt man raus. Da verschwindet die Wand. Nee, wir Extracten. Das macht keinen Sinn. Man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Und ein gutes Loot. Aber wir können da oben noch ein bisschen... Die können wir mal mitnehmen. Die sind easy. Die sind nicht. Da muss der echte Chest sein hier, oder? Kein Schlüssel Ja komm, wir gehen raus Ähm Da Oh, wasser Schießt da irgendwas? So 80% Na gut Deshalb hatte ich nur einen Trank Ich hab keine neuen Tränke gebraut So Upgrade Okay, das ist ganz geil The Stake ignites Mid-Flight Increasing Damage And triggering A burn shockwave On impact Im Prinzip Ist das Splash Damage, oder was? Was wäre das dann Ein Rock Launcher? Aha Okay, da sehen wir es Wenn wir weit genug schießen Da Ist quasi eine kleine Explosion Aber man muss Aus der Distanz Hier wird das nicht geprockt Weil Die Dinger nicht Sich anzünden Aber das macht es natürlich Eigentlich zu einer geilen Fernwaffe Die Midas Hab ich immer noch nicht Immer noch nicht 100 Leute gekillt Okay Bleiben Müssen wir ja eigentlich Dabei bleiben Jetzt können wir aber Anhänge können wir nicht Leveln wir ein bisschen Das machen wir 40.000 Kosten Upgrade schon Ist das Game ähnlich Wie Ist das ähnlich Wie das Game Remnant Ja, kann man schon Ein bisschen vergleichen Also schon ein bisschen anders Ich würde eine Mischung Aus Destiny Remnant Und Tatsächlich Tarkov Mit Souls Einschlägen Beschreiben Also von allem Ein bisschen Was wollte ich Ohne Kohle Gehen wir rein Versuche jetzt noch mal den Dungeon Nee, den Dungeon Dafür brauche ich Das Snipe Jawohl Das geht theoretisch Ja, aber die Gegner Leveln wohl nur mit Wenn man den Weltrang Erhöht Nicht Das eigene Level Das war wohl früher so Mit dem Mitleveln Als jetzt nicht mehr so Okay, wir wollen in den Dungeon Allerdings würde ich mich natürlich gerne noch ein bisschen Hochleveln Ich habe ein bisschen Glück mit den Perks Das ging zum Beispiel sehr einfach Final Bullet Oder Critical Extra Bullet In the Man Final Bullet Nehmen wir Beide nicht so mega gut Wir gehen links hoch Weltrang ist dieses Gnosis Also es gibt Gnosis 1, 2 Bislang gibt es glaube ich nur Gnosis 1 bis 3 Ich bin jetzt Gnosis 2 Schau dir mal ein paar ältere Witchcraft 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 Videos an Da habe ich das alles erklärt Aber im Prinzip ist es der Weltenrang Den kannst du wenn du ein paar Voraussetzungen erfüllst Kannst du den erhöhen Dadurch hast du Zugang zu Neuen Arealen Und auch neuen Forschungsmöglichkeiten Aber eben Die Gegner werden auch stärker Kriegst aber dann auch mehr Seelen Und dies Das geht's Die Gegner werden auch Klassen Das geht's Und das ist Die Gegner werden auch Die Gegner werden aber So, jetzt gehen wir rein. Eigentlich ist es nicht so schwer. Ich habe nur nicht die besten Waffen für die Aufgabe. Was willst du denn, Alter? Was hat mich denn jetzt getroffen? Der hat nochmal so einen Schuss abgefeuert. Ist ja nicht wahr. Wo kam denn der her? Von da oben, ne? Da lasse ich mich aber nicht reinlocken jetzt. Wir gehen in den Dungeon. Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Nein, ich bin nicht zur Seite. Was mache ich denn? Wie schlecht. Ja, der lebt ja immer noch. Uiuiui. Das finde ich immer ein bisschen unfair in dem Spiel, also bin ich eigentlich nicht der allergrößte Fan davon, dass Gegner hinter einem einfach spawnen können, aber es gehört halt hier zum Spielprinzip dazu. Okay, ich verpiss mich. Das ist mir hier zu heikel. Hier rein. Die kommen nämlich nicht hinterher. Und wir haben auch nur noch 4 Minuten 40. Wie gesagt, hier die Waffe ist nicht die beste für das, was ich hier eigentlich machen will. Hier darf man nicht ins grüne Licht gucken. Dieses grüne Licht ist nämlich äußerst scheiße. Nein! Alter! Ich bin falsch! Ich bin falsch! Nein! Bleib! Aaaaah, ich bin so dumm. Ich bin falsch gesprungen. Leute, ich bin falsch gesprungen. Aber das ist das Schöne an dem Spiel. Man stirbt, aber bekommt neue Waffen, weil man Forschung in Auftrag gegeben hat. Beziehungsweise zwei neue Relikte. Und zwar einen neuen. Book of Serpents. A powerful amulet, disguised as grim. Anyone who hurts its owner is cursed with decay. Bittersweet nightshade. When low on health, any damage taken makes the fetish release a powerful shockwave. Das klingt gar nicht so schlecht tatsächlich. So, mit das mal. Wie ist der Punkt? Ja, scheiße. Scheiße mit der Scheiße, da. Das war das, was ich meinte. Jetzt hängen natürlich meine Seelen da wirklich am beschissensten Ort, wo sie eigentlich nur sein können. Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr hin. Auf die Schnelle. Ich versuche mal, mich durchzurushen. Worst Spawnpunkt für das Vorhaben. Oh. Oh. Das ist sehr gut, Piercing Bullets, sehr gut für die Ritter. Das ist sehr gut für die Ritter. So, wir versuchen Operation Seelenzurückgewinnung. Nein, du hast mich niemals getroffen. So, jetzt können wir versuchen durchzurennen. Shit, einen Hit habe ich abgekriegt. Oh, noch einen. Wir sind durch. Warum? Oh. Eieiei, diese Sanity, wenn der Balken oben leer ist, weil ich in dieses grüne Licht geguckt habe. Dann kriege ich bei jedem Gong Schaden. So, das ist nämlich jetzt hier ein bisschen mehr. Da oben sind meine Seelen. Oh, genau reingerannt, gestraped in den Schuss. So, ich bin nämlich von der falschen Stelle da rüber gejumpt. Ah, der ist ja schon weg. Oh. Okay, wir haben die Seelen. Aber wir gehen weiter. Drei Minuten haben wir. Jetzt sind wir Pottkommitteln. Hör Award planen. So, ich bin nicht mehr. So. Mann, zeigt euch. Okay, wir jumpen rüber. So, und das ist schon der letzte Raum hier. Nur der ist halt auch ein Sucker, weil hier ist auch grünes Licht, wie man sieht. Ihr fragt euch sicherlich, was macht das? Hmm. Hmm. Oh, fuck. Nein. Ei, ei. Oh, wir haben den Vault. Guck mal, wie wenig Energie ich nur noch hab. Wie unnötig. Boah, wie soll man das denn... Ich raff halt nicht. Kann man da nicht irgendwas gegen machen? Mhm. Oh. Oh. Ich raff wirklich gar nicht... Es ist das Ding hier, ne? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Was passiert? Aha! Siehst du, das hab ich das letzte Mal nicht. Toll, toll toll. Toll, toll, toll. Toll, 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 toll. Chess. Wo ist Extraction? Geradeaus. Ja? Geradeaus links. Huiuiui. Nix wie nach Hause. Eintreffer und ich bin tot. Ausgerechnet schützen, ja? Und noch so ein Schwert zu. Du hast die Eintreffer rechtMusik. Bewerb. Du hast die Munition hier. Wie ist die Munition? 14 Gold ist gut Aber vor allem das Item ist interessant Erstmal Forschung Was war das? Eine Waffe? Nee Zauberspruch war es nicht Da Müssen wir ausprobieren Shots to trigger Lightning 30 Okay bei Level Up 25 Müsste man mal ausprobieren Wie stark dieser Lightning Effekt letztendlich dann ist Aber gut Yo Das soll es für die heutige Session gewesen sein Mit Witchfire Ich liebe dieses Spiel Wir haben wieder ein bisschen Progress gemacht Aber mir ging es auch vor allen Dingen Heute mal darum euch noch ein paar Neuigkeiten zu zeigen Wir haben aber hier die Waffen aufgelevelt Gut mir fehlt hier noch die Second Incantation Die kann man nicht kaufen Muss man farmen Ah der Verkäufer ist eh nicht da Ähm Ja Schreibt mir gerne wieder in die Comments Wie es euch gefallen hat Ob ihr Noch mehr Witchfire sehen wollt Und dann mache ich das gerne Wenn nicht mache ich es trotzdem Tschüss Witchfire Witchfire Witchfire